ja liebe freunde willkommen zurück zu let's play gda5 neue aufnahmesession hier am start und wir fahren zu leicester nachdem am letzten part ja unsere kasse ein bisschen optisch aufgebessert haben also wirklich markiert markiert lackiert nicht markiert muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig fahren mal wenn der lack der man gleich kratzer hat ist ja nicht so schön so ja inwieweit ich diese karriere weiter auf motzen werde fraglich mal schauen so wenig mal die abkürzung wir mussten unten lang so 900 meter noch und dann sind wir da ach minis waren hier oben ist ja schön so nächste links ich glaube wir hätten unten lang gemusst macht sonst keinen sinn war aber hier geht es ja nicht unten lang oder doch so irgendwie sind wir nicht richtig so sagen darf vielleicht doch oben lang wir gucken mal oh nein mein auto den habe ich gar nicht gesehen ich habe aber ein bisschen unwinnstig im winkel ja gut haua so wie kann jetzt von vorn aus naja so mal reingehen Donald 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 Brothers ach hier putzt er oder das hat das hat 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 Ich habe einen Job, der nicht... Okay, hör mal. Was hast du? Der Heilige Grail. Der Union Depository. Sie sagen, es kann nicht mehr erholen. Es ist noch nicht. Schau, ich habe ein paar Millionen Mexikaner ein paar Millionen Dollar, weil ich seine Frau verletzt habe. Ich habe keine Lust, hier zu gehen. Wer Mexikaner? Martin Matratzo. Er sollte nicht sehr gut sein. Als ich ihn kennengeler war, er war charmant. Was denkst du? Entweder wir ein Bank in Sticks oder ein Store machen. Welche magst du? Die Store ist meistens einfacher. Aber ich muss einen großen Geist machen. Dann gehen wir zum Vangelico. Wir kaufen uns einen Engagement Ring. Wir brauchen eine Crew. Ich kann ein paar von den alten Mannen abholen. Es gibt keine alten Mannen abholen. Moses, ironisch, er hat Jesus gefunden. All diese Irisch-Geräusche. Sie haben meistens nur geschehen. Die Crew aus dem Süden. Sie haben alle geschehen. Es gab einen... ...Eistern-European-Geräuschen, machte moves in Liberty City. Aber... ... er ist nicht ruhig. Okay. Wir brauchen eine Crew. Hast du irgendwelche Kontakte in L.S. oder nicht? Ich arbeite mit jemandem, aber sie sind zu nicht erwähnt. Aha. Ich hätte ja den anderen genommen, aber okay. Nehmen wir halt den. Ist ein Audi, wa? Sie sind FIB-Buddies. Sie wissen, dass du wieder im Geschäft bist? FIB-Buddies? Was sagst du? Ich habe die WPP-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy-Buddy. Sie sind da. 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 Michael Townley. Ja, 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 ja. All right. Lester. Ich bin sehr beeindruckt. Mhm. Wir können darüber sprechen. Sie nehmen diese Augen. Meine Augen sind gut. Sie sind mit einer Kamera und einer Radio Relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Okay. Also wir haben jetzt eine Brille von Lester bekommen. Mit einer Kamera drinne. Dann werden wir den Laden wahrscheinlich erstmal auschecken. Bin ich ja mal gespannt. Vor allem bin ich gespannt wie sie das gemacht haben. Mit diesen Raubzügen. Und soweit ich mich noch entsinnen kann brauchen wir 2,5 Millionen oder so. Das werden ein paar Raubzüge während der Gegend. Aber ein Juwelier ist ja schon mal ein guter Anfang. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Aha. Okay. Fotografieren. Bewegen. Zoomen. Wollen wir erstmal fotografieren? Wir brauchen nicht die Straße aus der Straße. Geh rein. Ja. Ist ja gut. Wollen wir erstmal einen Außenanblick, äh, ne? Fotografieren. Äh, ne. War nicht der Richtige. Das ist er. Guten Tag junge Frau. Stehen wir hier so verdächtig rum? Wieso auch nicht. Hä? Sollen wir hier eben mal rum oder was? Du siehst mich? Mhm. Ähm. Ähm. Okay. Was hab ich essen gesehen? Der da? Also Kameras, Lüftungsschächte. Sir, thank you. The alarm keypad is on the left when you come in. On the wall by the side door. Blasters alive, shoot away. The alarm, the vents and the cameras, come on! Mhm. Da ist auf jeden Fall ne Kamera. Alright, what do we got here? Uh, surveillance and ventilation. Now all I'm after is the alarm. Mhm. Shots come through. Camera check. Alarm check. Vents check. Good work. Now speak to the assistant and see if there's anything else we need to know. Okay. Hallo. I need to pick up a little something for the woman in my life. But one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe... 10 grand? Our rings start at 8. Our pendants start at 12. Alright. So these things built the last or am I just paying for the evangelical logo here? No, 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 no. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. Alright. I think he just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you sir. You got it. Come back to me. This no dairy thing sucks ass. Yeah. Und nur irgendein security Typ. Ähm. So, are we good? Almost. I need to get eyes on the roof of the building. See where the ventilation comes out. Aha. Okay. We're gonna die Sachen wahrscheinlich von oben an gehen, wa? Let's hurry this up, Michael. Ja, ja. What is that? So. Hey, where the fuck are you? Drive around the block and look for a way up to the roof. Finde einen Zugangspunkt zum Dach. Du Scheiße. Babe, stay off the double rakes this weekend, okay? You can totally come over and try it out. Hey, I could be working on my manuscript right now. Oh, you'll definitely ride a bad ass. We shoot deep. Aha. You'll kill me before my jeans do. Okay, my phone's telling me there's some construction around the corner or behind the shop. Let's go there. Alles klar. Da wurde gebaut. Baustellen sind immer gut, wa? Aha. Begib dich aufs Dach. Na gut. Gucken wir uns da mal um. So, you keep up with the old crew? Well, after your death slash disappearance, there wasn't much holding us together. Yeah. You see him at all? After the incident? I kept tabs on him for a while. Needed to, uh, know that he didn't blame me. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhiker to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD? Shootout? Maybe just a car crash, right? Okay. Können wir auch einfacher haben. So, jetzt sind wir auf dem Dach. Er hat eine Leiter gesehen? Kann doch auf die Wände kicken oder was. So. I'm on the roof. Alright, use the glasses to get me a shot at Vangelico's roof unit. It'll be right above the store. Dürft ja dann die hier sein, wa? It's like a big box on the roof. Ja, wir sind ja, der steht davor. Was ist da das Ding hier, oder? Wo gibt's hier noch mehr? Der da. Da. Okay. Zum Aussichtspunkt. Müssen wir auch irgendwie hoch, wa? Was cool macht. Musst du erstmal alles auskundschaften, wa? Und dann... Kannst du erst loslegen. Keine übereilten Aktionen. Das ist ja eins wichtig, wa? Bei dem Raumüberfall. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? Keine Ahnung. Wie man hier noch höher kann. Scheinbar nicht. Oder muss ich jetzt da rüber? Naja, wahrscheinlich muss ich da rauf. Ja. So. Und nun? Kannst du euch jetzt fotografieren? Wo die Rohre rauskommen? It's like a big box on the roof. No, no. The air conditioning roof unit. We need to know where those vents come out. We need to know where those vents come out. It's like a big box on the roof. Was will ihr denn? Ah, hier war. Mach ein Foto von der Lüftung. We've got our shot of the evangelical units. Looks good. Okay. That will do. Come back to me before someone spot you up there. Will do. So, nur den ganzen Weg zurück. Alter Schwede. Kann ich hier nicht runterspringen? Besser nicht. Ich mache mir die Regarde nach. Du bist 18 girls. Bis 28 bis. Sie sind ganz schön.